Welche Muskeln sind mit dem Prozessus Coracoideus verbunden? Ja, verflucht, das weiß ich. Es liegt mir auf der Zunge. Oh, hier wird wieder gepaukt. Vito, wo zum Henker ist mein Tupperware? Krieg dich wieder ein. Meine Frau bringt sie heute Nachmittag her. Musculus pectoralis minor und Coraco brachialis natürlich. Und? Los, komm, das weiß ich sogar. Fuck, gut, welcher ist es? Der Bizeps. Oh, fuck, das wusste ich. Ich bin einfach nicht bei der Sache. Die Furcht klopft an die Tür. Der Glaube öffnet. Es war niemand da. Warum machst du eigentlich diesen Scheiß? Damit du fremde Leute befummeln kannst? Du findest den menschlichen Körper eklig, ja? Wenn du so darauf stehst, darf ich dich mal was fragen? Wieso läuft Pissen, Scheißen, Ficken bei uns in einem Radius von fünf Zentimetern ab? Das fragt sich jeder, Pauli. Darauf gibt es keine Antwort. Es sind alles Quellen des Vergnügens. Ach, Quatsch doch keinen Scheiß. Ich weiß das Zeug. Und im nächsten Augenblick ist es weg. Dann, wie du das schaffst bei deinem Vollzeitjob. Falls dein Bewährungshelfer ein Problem ist, ruf unser Mann Jimmy Curran an. Er ist Supervisor. Das ist es gar nicht. Es ist nur der enorme Druck, da ich jetzt diese Gelegenheit habe. Sun Yeon Kim, mein Boss, der will mir einen ganzen Laden vorfinanzieren. Der Koreaner? Wenn du Geld brauchst, dann komm doch zu mir. Das ist was anderes. Das geschäftlich auf eigenen Beinen stehen, ist wie eine Religion für diese Menschen. Außerdem sieht er etwas in mir. Also, irgendwie ist das Gefängnisding nicht viel anders, als Einwanderer zu sein. Das Wort eines Weisen. Vergiss nicht, Pearl Harbor. Wir waren wirklich die... Wir waren wirklich was. Vielen Dank.